So, hallo zusammen. Ja, da bin ich wieder an der Stelle. Äh, ja. Ich hab jetzt hier erstmal einen Safe State gemacht. Bevor ich mich hier nämlich wieder verdrücke und so. Und in den Abgrund falle. Ja, muss man das doch nicht hier... Ah, jetzt wurde ich hier wieder entdeckt, ey. Scheiße, Mann. Ich muss mich doch irgendwie hier halten können, oder? Haha! Oder du fliegst runter, ja. Find ich auch gut. Sehr schön. Geil, okay. Ja, wie gesagt, äh, ich hab jetzt wieder bis hierhin gespielt. Ja, im ganzen Level fast nicht entdeckt worden. Und jetzt hier direkt, wo ich, äh, die Aufnahme wieder starte. Das ist doch geil. Naja. Egal. Äh, uff. Der ist irgendwo hier, wa? Da ist er doch. Und... Renn hin und... Oh, Gott sei Dank, ey. Kill von vorne. Wie geil. Wie geil, okay. Ein Moment, ich... Ich muss einmal ganz kurz gucken, ob der aufnimmt. Das tut er okay. Sehr schön. Alles klar. Ja, wie ihr seht, äh, ich nehme mit Loilo Game Recorder auf. Dieses Spiel. Weil's, äh, mit Fraps irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Der... Es gibt immer Slowdowns. Ich hab's nicht hinbekommen, die Frames 100 pro Sekunde... Also 60 pro Sekunde zu kriegen. Deswegen ja hier der Loilo. So, egal. Das hat jetzt nichts hiermit zu tun, zwingend. Oh, kann man da hier hoch? Nee, leider nicht. So, okay. Wo bin ich hier überhaupt? Ah, ich glaub, ich bin auch schon auf dem richtigen Weg. Da oben kann man doch hoch, oder nicht? Nee, da kann man nicht hoch. Was? Ah, was? Wo? Mein Gott. Hä? Gut. Ah, da oben. Ey. Da ist noch einer. Okay. Schmeiß mal den Giftreister hin. Dann wird der hoffentlich da angelockt. Ja. Sehr schön. Okay, und? Oh Mann, warum dreht der sich denn um, ey? Ah. Gemeinheit. Gemeinheit hier, ey. Oh. Da ist das blöde Vieh da unten, ey. Geh zurück auf deine Route. Ich will dich hier nicht. Ja, Gott sei Dank, ey. So, okay. Hey, da ist noch einer, was? Oh. Wo denn? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Wo denn? Oh je, oh je. Komm, nehm ich wieder auf, passiert hier wieder so ein Müll. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, falls ihr letzt... Ah, da oben. Falls ihr nichts playt. Komm, startet ihr eine Aufnahme, läuft's wieder extrem scheiße in dem Spiel, ey. Oh nein. Natürlich hat er mich jetzt hier entdeckt. Ist klar, weißt du? Ich wollte doch nur probieren, da hoch zu kommen, aber es geht nicht da hoch. Okay. Ich verstehe. Dann muss ich halt hier rum. Ein Heiltrang, sehr schön. Weil ich hab nämlich noch, wie ihr seht unten, einmal Ninja Webers gefunden. Also einmal Ninja wieder gebohrt. Und jo. So, dann... Da oben ist keiner. Okay. Da hinten. Ich hab ihn schon gesehen, da. Ja. Aber... Ah, da ist noch einer. Okay. Da sind drei. Da oben ist noch so ein Geist. Oh mein Gott. Ah, ich hab grad rumgeguckt. Ah, verdammt. Ah, boah, wie schnell ist der? Alter. Ja, der ist schneller als ich, ey. Ah, leck mich doch. Leck mich doch. Alter. Das gibt's ja wohl nicht. Das gibt's ja wohl nicht. Ich hasse diese... Bam, ey. Weg mit dir. So, hau ab. Hau ab. Hau ab. Nein, da ist noch einer. Scheiße. Scheiße. Oh Gott. Ja, jetzt wird's kein Großmeister mehr. Jetzt wird's kein Großmeister mehr. Jetzt wird's kein Großmeister mehr. Oh. So viele Gegner am Arsch kleben. Oh, scheiße. Weißt du was? Ich glaube... Nee. Nee, ich weiß nicht. Äh. Ich... Hier kommt jetzt gleich der Abgrund, oder nicht? Ja, hier ist der Abgrund. Oh, ich hasse diese Gegner. Die sind so gut, ey. So. Und ich hab hier noch einen Move geh... Seht ihr den? Den hab ich noch gelernt hier. Und hier... Und zack. Genau so. Oh. Ja, das hab ich durchs Nachspiel kennengelernt. Hier, diesen Kombo. Und zack. Genau so. Das ist nämlich dieser Schulterstoß. Äh. Ja. Egal. Ja, ich wurde tausendmal entdeckt jetzt. Scheiße. Supergeil. Echt. Wo ist jetzt dieser scheiß Geist? Ich hör ihn ziemlich laut hier irgendwo. Da. Da ist er doch. Und lass mich raten. Er dreht sich jetzt genau wieder rum. Ja. Seht ihr das? Und ich hab keine Blasrohre mehr. Oh, nee. Der macht jetzt wieder da seine Runde. Ja, wie soll ich den denn jetzt kriegen? Den kann man doch nicht beobachten, so. Der rät jetzt eine verkrüppelte Route. Wenn er sich jetzt rumdreht, dann... Ja. Ja. Was soll ich machen? Wie soll ich das machen? Dann kämpfe ich halt so. Ist mir scheißegal jetzt. Mein Gott, ey. Verschwinde. Kein Bock mehr auf euch hier. Äh. Verdammte Scheiße. Ich war bis jetzt so gut, ey. Oh. Egal. Ah, da muss ich, glaube ich... Da muss ich hin. Okay, alles klar. Dann gehe ich nochmal hier rum. Und ich will hier noch mehr Gegner mitnehmen. Um das jetzt wieder gut zu machen. Aber ich glaube, das ist nicht wieder gut zu machen hier, oder? Dieser Fail hier. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Was ist denn hier noch? Ah, hier geht's noch weiter. Da ist ja noch ein Gegner da. Und, ne, 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 ne. Trau ich mich nicht. Ich hab den Sprung wieder verkackt. So, und. Zack, geil. Okay. Ein Stealthkill, noch mehr. Ah. Mal gucken, ob das reicht noch. Mit Großmeister. Äh. Äh. Nicht so, wenn der mich wieder hier entdeckt. Hier unten wahrscheinlich, ne. Hä? Moment. Nein. Nein, nicht runtergehen. Oh, Gott. Da. Äh. Zwei. Oh, mein Gott. Aber wenn ich die noch kriege, das wäre ganz gut. Aber zwei Gegner auf engstem Raum. Wie soll ich das machen? Das geht nicht. Moment mal. Vielleicht. So. Ne, das interessiert den nicht. Ah, scheiße. Wie soll ich die denn beide kriegen? Sind zwei... Ah, okay. Ne, hä? Ne, die interessiert doch mein Giftreis nicht. Wie soll ich die denn kriegen? Sind zwei Gegner auf einem engstem Raum hier. So. Ja, die gehen jetzt wieder ihre Runde da. So wie beim letzten Mal. Wie sollen wir hier den Giftreis nehmen? Einer soll mal hier runterkommen. Oh, der geht weg. Okay, der andere ist weg. Okay, sehr geil. Na dann. Äh. Wie soll ich das denn trotzdem machen, ey? Wenn die hier nur ihre... Ah. Nein, 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 nein. Nichts da. Äh, nö, die kommen. Die kommen nicht. Ich hab keine Ahnung, wie ich die killen soll hier. Das ist sowieso optional. Ah, einer kommt. Einer kommt. Sehr geil. Okay. Einer kommt. Sehr schön. Und kill ihn doch! Warum killst du ihn nicht? Äh. Warum killt der den nicht? Aber jetzt hat mich der andere auch entdeckt. Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Das wollte ich eigentlich nicht. Jetzt hat... Ah, 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 ah. Die haben eine Granate geschmissen und beide gestorben. Ja, danke schön. Ha. Das wollte ich eigentlich nicht, ey. Nur wegen einmal verdrückt. Das war einmal entdeckt worden. Ah, ich Idiot. Ich könnte mich echt in den Arsch beißen manchmal. Als der nächste da oben. Von der Sippe hier. Ah. Pennei. Richtige Wichser seid ihr, ey. Da, du hast du. Meine Fresse, ey. Granate geht. Sehr schön. Ja. Keine Ahnung. Also, das war jetzt hier alles. Ich habe einen Stealthkill und zweimal entdeckt. Das bietet sich plus minus null, glaube ich. Ah, super. Egal. Ich gehe mal durch. Schauen wir mal. Vielleicht kriege ich ja noch einen Ninja-Profi oder sowas. Wer weiß. Ja, egal. Komm, dann. Das Level hat eigentlich sehr gut angefangen. Es ist so schade. Wisst ihr? Es ist einfach nur so schade. Wenn man an einer Szene alles verkackt. Beziehungsweise an zwei Szenen. Naja, wie gesagt. Ich gehe jetzt mal da hinten hin. Und schau mal. Hier gibt es wahrscheinlich einen Endgegner, ne? So. Schauen wir mal. Da ist Ayame. Ah, das ist der. Ah, das ist der Klon von Ayame. Okay. Alles klar. Okay. Ah, Junge. Was machst du denn? Oh, das ist eine geile Mucke hier. Boah, die ist ganz schön gut. Holy shit. Wie soll ich das machen? Dann muss ich erstmal Items hier benutzen. Nimm Rauchpumpe. Und zack, 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 zack. Weg mit dir. So. Weiter geht's. Zack. Und zurück. Ah, sehr schön. Ah. Und zack, zack, zack. Ah, scheiße. Okay. Egal. Ich gehe mal auf Nummer sicher. Und nehme mal. Ah. Trink. Huss. Was ist das denn? Und zack. Ah. Jetzt kill sie. Ah, Mann ey. Die haut immer. Ey, die kämpft voll unfair. Die kämpft voll unfair. Nein. Oh Gott. Alter. Die haut immer nur ab. Die haut nur ab, ey. Ah, was soll ich denn da machen? Ah, weg mit dir, ey. So. Zack, zack, zack. Es wehrt die alles ab? Weg mit dir. So, geschafft. Blöde Kopie, ey. So, that's who you really are. You'll think you're so smart. You'll walk right into it. What are you talking about? Answer me. Er ist tot, okay. Ugh. Er hat seine Zunge abgebissen. Wie geil. Oh. Oh. Well done done, Yakuwa-ke. Ganda. Assistant. Kagura. Yes, Tenrai. Ah, das ist der neue Bösewicht, also Tenrai. Und? Ich bin wieder 30 Mal entdeckt. Fuck! Ja, Ninja-Experte. Egal. 30 Mal entdeckt ist natürlich zu viel, ist klar. Aber ich hab's durch meine Kills wieder rausgeholt ein bisschen. Egal. Ich hätte viel lieber Großmeister geschafft, weil man da Special-Items kriegt. Aber schaut mal, was wir jetzt noch kriegen. Ja, okay. Äh, wo ist das Blasrohr? Das ist, glaube ich, das Blasrohr. Zwei Stück. Ja, ist okay. Ist okay. Gut. Ja, wie gesagt, wir haben die Kopie besiegt. Und er war wahrscheinlich am Arbeiten für Tenrai, den neuen Bösewicht hier. Und jo, genau. Schauen wir mal die nächste Cutscene an. Lord Goda, wir haben ein Problem. Was ist es? Das Buddha-Tempel hat geschlossen. Kanzel Sekia informiert Lord Goda, dass Tenrai's army hat über den Buddha-Tempel. Disguised as a temple located on the border of Goda's realm, the building itself was designed as a fortress to guard the land of Goda from invading armies. Tenrai's plan was to keep you occupied in the bamboo forest while keeping the real Ayame in prison so his army could start his attack. Lord Goda cannot send in his army to take back the temple because it is a holy ground. And doing so would also be a sign of vulnerability to his neighboring states. You must infiltrate the temple and execute the leaders of the enemy's army. This is the only entrance. I must proceed carefully. Ja, okay. Ja, das machen wir dann aber beim nächsten Mal, würde ich sagen. Ich hoffe, ich nehme die Folge sogar direkt noch auf jetzt aus diesem Part. Jo, also wir sollen den gegnerischen... Nicht den gegnerischen... Fürst Godas Tempel zurückholen, den Buddha-Tempel. Weil der infiltriert wurde von einer gegnerischen Armee unter Lord Tenrai. Genau. Aber das würde ich sagen, Freunde, sehen wir das nächste Mal. Also gleich. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und jedem, dem es gefallen hat, lässt doch ein Like oder ein Abo da. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ciao, ciao.